Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute die Kata. Hallo! Und heute befinden wir uns wieder im Gefängnis. Ja! Ja! Das ist richtig, richtig gut. Und Kata, letztes Mal ist Balou ja verschwunden und wir haben ihn nicht mehr gefunden. Oh! Ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Der ist einfach weg. Wir haben ihn wirklich überall gesucht und nur Bella ist da. Och Mann. Und sie ist, glaube ich, auch... Ja, oh nein, Bella. Aber Kata, wo kann denn Balou sein? Ich meine, wir haben ihn wirklich überall gesucht. Wir haben die ganzen Zellen hier durchsucht. Wir haben in der Küche nachgeschaut und sogar auf dem Sportplatz. Überall. Wollen wir vielleicht nochmal in der Zelle nachschauen, weil vielleicht ist er jetzt ja da. Stimmt, das ist eine gute Idee. Vielleicht ist er wieder zurückgekommen. Balou, bist du da? Hallo? Balou? Moment mal. Im Bad ist er schon mal nicht und im Schlafzimmer auch nicht. Oh, oh. Oh, hier ist er aber auch nicht. Oh nein, in seiner Hundehütte ist er nicht. Och Kata, wo ist er nur hin? Ich weiß nicht. Was macht er denn wohl jetzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich irgendwo verlaufen oder so. Ich weiß nicht, wie er wieder zurückkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh nein. Aber Kata, ich würde sagen, wir gehen erstmal frühstücken mit Bella, okay? Okay. Okay, ab zum Frühstück. Oh, komm Bella, wir gehen frühstücken. Ja. Ah, sie freut sich auch aufs Frühstück. Ich habe richtig viel Hunger, Kasia. Oh, ich auch. Kata, ich habe eine Idee. Vielleicht ist er im Garten von den Wärtern in dem Teich und schwimmt dort ein bisschen. Oh, stimmt. Die haben ja einen riesigen Teich. Stimmt, da müssen wir auf jeden Fall mal nachschauen. Okay, Kata, ich würde sagen, wir gehen aber zuerst frühstücken und heute dürfen wir wieder putzen. Das heißt, wir gehen wieder zum Direktor, zu Fuchsi und putzen dort wieder. Und vielleicht kommen wir wieder in den geheimen Raum rein. Das wäre richtig, richtig gut. Oh, denkst du, der ist diesmal nicht abgesperrt? Ich weiß es nicht. Wir müssen mal nachschauen. Das wäre richtig, richtig nice. Und dann können wir da auch mal nachschauen, naja, was sich dort drin befindet in den ganzen Kisten. Stimmt, okay, dann machen wir das. Ja, und danach müssen wir unbedingt bei Lou wieder suchen. Da gehen wir auf jeden Fall in den Garten von den Wärtern und schauen mal, ob er dort irgendwie in dem See rumschwimmt oder so. Mhm, das ist eine gute Idee. Kata, was isst du heute zum Frühstück? Hm, ich glaube, ich esse heute Melonen oder Brot. Oh, ich hole mir auf jeden Fall Melonen. So, zack, zack, zack. Drei Melonen hier. Die sind richtig, richtig gut. Und für Bella hole ich natürlich zwei Fischlis. Zack und zack. Sehr nice. Guck mal, Bella, hier. Zwei Fischlis. Hast du Hunger? Ja. Guck mal hier, Bella. Bitteschön. Guten Appetit. Bitteschön. Oh, so gut. Okay, Kata, ich würde sagen, wir setzen uns heute mal ganz hier hinten hin. Und zack. Okay. Sehr nice. Guten Appetit, Kata. Guten Appetit. Mjam, 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 mjam. Mjam, 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 mjam. Oh, Melonen sind so lecker. Und die letzte. Zack. Ich habe noch ein bisschen Hunger, Kata. Ich hole mir noch mal Melonen, okay? Ja, mach das. Und wollen wir vielleicht nicht auch was für Balou mitnehmen? Für später? Stimmt. Falls wir ihn finden, dann können wir ihm zwei Chicken geben. Das ist eine sehr gute Idee, Kata. Dankeschön. Zack. Dann hole ich mir auf jeden Fall noch mal drei Melönchen raus. Zack. Hast du keinen Hunger mehr? M-m-m-m. Oh, sehr gut. Okay, okay. Dann setze ich mich noch mal kurz an den Tisch und esse meine Melonen. Mjam, 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 mjam. Richtig, richtig gut. Und mjam, mjam, mjam. Und Kata, ich glaube, wir müssen jetzt oben bei Fuchsi wieder putzen. Oh, stimmt. Oh, ich finde ihn so süß. Ich freue mich voll. Ja, stimmt. Das wird richtig, richtig cool. Und das Gute daran ist, wir können Bella auch mitnehmen. Das ist richtig, richtig nice. Und oh, sie freut sich. Sie will auch Fuchsi wieder sehen. Du kannst uns selber putzen helfen. Das ist süß. Okay, Kata, dann würde ich sagen, wir gehen zu Fuchsi ins Büro und putzen dort wieder. Ja. Oh, Kata, wir sind schon im Büro. Und mal sehen, ob Fuchsi heute da ist. Aber ich glaube schon, oder? Und oh, Fuchsi ist da. Ich glaube, Fuchsi muss arbeiten, oder? Hallo, Fuchsi, na? Oh, hallo, Epic und Kata. Hi, Fuchsi, na? Alles gut? Oh, Fuchsi ist so süß. Und Bella freut sich auch richtig. Oh, so cool. Kata, komm mal zu mir. Ich muss dir was sagen. Oh, okay, ja. Wir müssen jetzt nachschauen, ob der geheime Raum frei ist. Ob wir da wieder rein können. Vielleicht ist der Noob heute nicht da. Und vielleicht ist die Absperrung auch weg. Da können wir vielleicht in den geheimen Raum. Und, naja, da können wir einfach mal nachschauen, was in den Kisten dort drin ist. Oh, okay, ja, lass uns machen. Das wird richtig, richtig gut. Kata, ich glaube, Bella bleibt der Fuchsi, oder? Oh, die verstehen sich richtig, richtig gut. Das ist so süß. Okay, da würde ich sagen, wir schauen einfach mal nach. Guck mal, Kata, ich glaube, der Noob ist heute gar nicht da. Und guck mal, Kata, der ganze Raum ist leer. Der Noob ist heute nicht da. Und die Absperrung fehlt zum Raum. Das ist ja richtig, richtig gut. Stimmt, aber lass uns erst mal ein paar Besen holen, damit die anderen keinen Verdacht schöpfen, ja? Stimmt, das ist richtig, richtig gut. Okay, okay. Das ist eine gute Idee. Warte mal, da hole ich mir schon ein Besen raus. Und dann können wir tatsächlich neu in diesen unterirdischen Raum. Und dann können wir in die Kisten reinschauen. Das ist richtig, richtig nice. Oh, stimmt. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Ja, schnell, Kata. Nicht, dass uns noch jemand sieht. Zack, zack, zack. Warte mal. Hier ist die Tür. Zack, zack. Ich mache zu. Und jetzt können wir nach unten fahren. Das ist richtig, richtig gut. Okay, das geht. Und zack, nach unten. Oh, Kata, guck mal. Ich glaube... Nein, hier sind keine Wachen. Das sieht so nice hier aus. Guck mal, wie viele Kisten hier sind. Das ist richtig, richtig gut. Warte mal, wir schauen mal rein. Moment mal. Hier ist ja gar nichts drin, Kata. Oh, oh. Oh, nein. Warte, ich glaube, die obere Etage ist vielleicht leer. Vielleicht sollten wir eine Etage weiter runterfahren, oder? Oh, Moment mal. Schau mal nach da unten. Oh, oh. Das sind, glaube ich, Wachleute. Pass auf, pass auf. Oh, Gott, oh, Gott. Nicht, dass die uns entdecken. Da kriegen wir richtig, richtig viel Ärger. Moment mal. Oh, Gott, die laufen da unten rum. Okay, okay, Kata. Ich würde sagen, wir fahren eine Etage tiefer mit dem Aufzug, okay? Okay. Okay, eins nach unten. Kata, wir müssen richtig, richtig aufpassen, dass die uns nicht erwischen. Warte mal. Pass auf, dass der uns nicht sieht. Okay, okay. Der läuft hier rum. Ich glaube, das sind zwei, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, oh. Da ist einer. Da ist der zweite. Ich sehe beide. Oh, Gott, oh, Gott. Kata, pass bloß auf. Warte mal, ist hier was in den Kisten drin? Oh, tatsächlich. Schau mal, hier sind Akten drin. Akten. Oh, okay. Das sind vielleicht Akten von irgendwelchen Gefängnisinsassen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, hier sind noch mehr Akten drin. Oh, hier ist alles voll mit alten Akten, Kata. Oh, oh. Okay, warte mal. Ich schau mal hier weiter. Hier sind auch Akten drin. Was ist denn hier los? Hier werden, glaube ich, einfach alte Akten aus dem Gefängnis gelagert. Oh, das kann sein. Oh, tatsächlich. Schau mal. Hier sind so viele Akten drin. Und die sind schon richtig verstaubt. Oh, oh. Warte mal. Ich schau mal in der Kiste. Oh, Moment mal. Hier ist eine Waffe drin. Was? Ich glaube, die wurde sogar den Leuten abgenommen aus dem Gefängnis. Guck mal, Kata. Ich habe eine Waffe. Oh, okay. Pass auf mit der. Richtig, richtig gut. Und ansonsten sind hier, glaube ich, nur Akten drin, Kata. Oh, oh. Aber ich habe eine richtig, richtig coole Waffe gefunden. Ich glaube, die Polizisten, naja, haben das in den Gefängnisinsassen abgenommen. Stimmt, das kann sein. Aber warte mal, wo sind die denn gerade? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal. Achtung, der läuft da durch die Mitte. Oh, oh, Kata. Wir müssen richtig aufpassen. Oh, oh. Wir können leider nicht in die untere Etage gehen. Naja, weil es richtig streng bewacht wird. Vielleicht sind da unten richtig, richtig geheime Sachen in den Kisten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir können uns da nicht durchschleichen, Kata. Weil die passen richtig gut darauf auf. Oh, oh. Mit Sicherheit. Pass auf, Kata. Nicht, dass der uns zieht. Oh, oh. Okay, ich würde sagen, Kata. Wir fahren wieder nach oben, okay? Ja. Okay, ab nach oben. Oh, Kata. Wir sind wieder oben. Und es war richtig, richtig cool. Ich habe eine richtig, richtig nice Waffe gefunden. Das ist sehr, sehr, sehr nice da unten. Auf die müssen wir halt nur wirklich aufpassen, dass er nicht weggenommen wird. Da hast du recht. Okay, okay. Warte mal. Ich mache hier vorne wieder die Tür auf. Oh, der Noob ist immer noch nicht da. Das ist richtig, richtig nice. Oh, perfekt. Und ich würde sagen, Kata. Wir machen jetzt hier erst mal sauber. Und danach müssen wir unbedingt Balou suchen. Ja. Okay. Dann mache ich ein bisschen sauber hier. So, zack, zack, zack. Dann mache ich hier noch ein bisschen sauber. So. Zack, zack, zack. Oh. Ich bin fertig. Sehr gut. Ich bin auch fertig, Kata. Richtig, richtig gut. Dann würde ich sagen, wir holen mal wieder Bella mit. Hey, Bella. Wir sind hier fertig mit Arbeiten. Oh. Oh, wie süß. Guck mal, Bella. Zack. Bitteschön, der Boyknoll. Oh, so süß. Okay, Kata. Ich würde sagen, wir legen den Besen wieder zurück. Und dann gehen wir auf jeden Fall wieder Balou suchen. Oh, stimmt. Ich vermisse den schon richtig. Ja, der ist bestimmt hier irgendwo in der Nähe. Ja. Ich würde sagen, Kata, wir gehen jetzt in den Garten von den Wärtern. Weil ich glaube, dort ist bestimmt Balou. Da sind ein paar Seen und ein paar Brunnen. Da badet der bestimmt drin. Ja, okay. Okay. Dann schauen wir nach. Alle durch, bitte. Der ist bestimmt dort, Kata, oder? Ja, also das würde so gut zu ihm passen. Aber wir müssen ihm auf jeden Fall sagen, dass er da nicht einfach hin kann. Ja, der darf nicht einfach so abhauen. Wir machen uns richtig Sorgen. Ja. Oh, oh. So, zack, zack, zack. Hier dürfen wir überall durch. Guck mal, Kata. Wir sind gleich beim Park. Und Balou muss doch hier zu 100% sein, oder? Ja, ich hoffe so. Ja, ich hoffe auch. Zack, zack, zack. Und Bella kommt auch hinterher. Hallo, Bella. Mal sehen, ob Balou hier ist. Äh, Moment mal. Ist er hier? Da ist Balou. Hey, Balou. Ach, wie süß. Der badet hier einfach. Hallo, Balou. Und er freut sich. Balou, du darfst nicht einfach so abhauen. Wir haben uns richtig Sorgen gemacht. Ach, Mann. Da planscht er hier einfach. Der planscht dir einfach ein bisschen im Wasser. Und, oh, Bella planscht auch ein bisschen. Oh, wie süß. Komm, Balou. Wir holen dich hier wieder raus, okay? Du hast genug geblanscht. Wir haben uns richtig Sorgen gemacht. Wir haben dich überall gesucht, Balou. Wir haben dir sogar Chicken mitgebracht, Balou. Guck mal hier. Bitteschön. Guten Appetit. Oh, da freut er sich. Ach, Balou. Wir haben uns richtig Sorgen gemacht. Ach, Mann. Zum Glück haben wir Balou wieder gefunden. Das war richtig, richtig gut. Der hat hier die ganze Zeit einfach im Wasser geblanscht. Ach, Mann. Ach, Mann, Balou. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns für immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020